Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge Dragon Adventure und ich zeige euch, wo der Glückskobolt ist. Huch, ich fliege ja schon in der falschen Richtung. Ihr müsst nämlich zu... Erstmal zu dem Glücksrad und wenn ihr da seid, dann müsst ihr einfach geradeaus nach oben fliegen, bis ihr zu einem schwebenden Land seid. Und wenn ihr da seid, da ist dann schon der Glückskobolt. Ich zeige euch mal genau, wo der ist. Jetzt waren wir schon an dem Glücksrad vorbei, jetzt fliegen wir geradeaus. Nach oben, weiter nach oben und der müsste, glaube ich, hier irgendwo sein. Ich glaube, ich bin vorbeigeflogen. Ihr könnt das bestimmt besser sehen als ich. Sagt mal ein Radius. Also mein Radius ist klein, deswegen ich habe das auf Minengrafik. Das kleinste muss ich einstellen, damit ich überhaupt spielen kann und jucken. Hier ist schon der Kugel. Hallo, Larry. Und... Einmal eingesammelt. Und fertig. Willkommen an Lucky Present Potion. Yeah, damit könnt ihr einfach eure Drachen färben. Und... Jo. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und... Tschüss. Tag hin. Tschüss. Vielen Dank.